So und herzlich Willkommen zurück bei Black Mesa Ach nee Ach jetzt schon wieder abgeschmiert Ach man ey Na gut war ein Witz, weiter geht's Ähm, ich wollte nur mal so tun als ob Und ja, okay Der Ladebildschirm ist jetzt aber kein Witz Er ist natürlich super direkt zum Anfang der Aufnahmen Aber wir können ja nichts dafür Weil Black Mesa leider irgendwie Alle paar Meter abschmiert Und ich bin ja irgendwie nicht der Einzige mit dem Problem Es scheinen einige das Problem zu haben Ähm, dass die Mod ständig am Abschmieren ist So für alle Viertelstunde lang Oder Sir, Sector Secure, over Oder, ähm, jetzt schaffe ich es immerhin auf eine halbe Stunde Mal gucken Ich habe jetzt schon Dexterry einfach mal auf Traps genommen Ich hoffe das ändert was an der Sachlage Uh, hallo Wo kommen wir denn hier hin? Ich weiß schon gar nicht mal, wo wir lang gekrauchelt sind, ehrlich gesagt I'm tired of playing games Ah, hallo Oh, hallo Ah, hallo Ah, hallo Free Man Wo führt dein Weg Über den kleinen Steg Doch wohin Der Freemann Der Freemann Was ist das? Ein Seil Ein Seil So geil Eine Basis Für uns Hurra So egal was Wir müssen es schaffen Der Freemann Der Freemann Der Freemann Komm nicht rüber Wir sind zu Schwer Hurra Der Freemann Ich sehe da einen Schatten Auf dem Ding rumwandern Nun ich würde sagen Das war der Schatten Das wollte ich zwar gar nicht Aber So Ach das sind Steine Vom Steinschlag Ich dachte da schießt jemand auf uns Die große Da schießt jemand auf uns Die große Masterfrage ist natürlich Wie immer Wo geht es weiter? Ach guck mal Da hätten wir so runterjumpen können Übrigens Ich frage mich Wo kommen wir da hin Das muss ja auch mal Eroiert werden Ich kann ja jetzt Nicht einfach versuchen Da zum Labor zu jumpen Und erst mal habe ich so eine ganz bequeme Ausrede Dass ich Es nicht weiter versuchen muss Weil ich ja eh failen würde So das sind aber ganz Das sind einfach nur Bewegungsmelder Hallo Ja die bringen ja auch viel Ach das waren Steine Okay komm wir jumpen da mal runter Oh Oh Warum liegt da ne Lampe? Ich höre euch Huah Alter ich will doch hier gar nicht runter Ich hasse diese Sachen mit Höhen Huah Toll dass ich das Safecam jetzt überspeichere Huah Ist Ah Ist Okay Hier nochmal speichern Dann da nochmal runter Sag mal Bist du bekloppt? Ich stehe hier auf der Klippe Du Arschloch Okay der steht nicht mehr auf der Klippe Der hat jetzt andere Probleme Kommen wir denn da rüber? Ja ich weiß ich speichere hier alle zwei Nanosekunden Aber ihr seht warum Hahahaha Nein hör auf zu schießen Ich bin einer von den Guten Vor allem wer schießt denn da? Hä? Ähm Alter von rechts oben willst du mich verarschen? Von wo kann denn da jemand schießen? Ach da Alter die haben auch alle so ne Augen So Ditte wird ditte Caution falling rocks Naja die haben es Die haben es ja lustig hier Aua Alter Seid ihr bekindert hier Alter Guckt doch mal wo ich hier stehe Scheiß auf den Ne komm die Muni hole ich nicht Sonst schießt der andere uns wieder ab Wir sehen auch momentan nicht ganz so gesund aus Da war doch Da ist doch irgendwas Seh ich doch schon wieder ein So nachladen Der Pixel kommt gleich wieder Und da ist der Pixel weg So da oben die Viecher haben wir eliminiert Jetzt versuche ich mal vorsichtig in die Ecke zu kommen Vor allem die Scheiße die ja auch stationiert sind Ehrlich mal Da würde ich doch Da würde ich doch meinen Beruf kündigen Wenn ich hier stehen würde So bevor ich da reingehe Natürlich erstmal von allen Seiten sichern Ein Helikopter Na gut probieren wir doch mal das Ding hier aus Ich habe natürlich keine Ahnung Ob wir das schaffen oder nicht Da war doch gerade noch ein Heli Alter das knarzt hier so gefährlich Ich will gar nicht hier sein Keine Treppe Seid ihr bekloppt Keine Treppe Wie soll ich da hochkommen Ich kann nicht aufs Geländer Alter Ich kann nicht aufs Geländer springen Ach ich kann aufs Geländer springen Okay Wow dafür hat sich der Schuss gelohnt Für einen scheiß Kackvogel Die Frage ist Kommen wir da hoch So die Röhre kommen wir schon hoch Aber da nach oben Springen ist natürlich sinnlos Man rutscht hier dann ein bisschen ab Wie död Was soll das heißen död Geh auf Geht es doch dann nach oben Nee ich komme da nicht hoch Das ist alles eine große Verarsche hier einfach Das ist alles nur eine große Verarsche Weil da geht es dann offenbar weiter Na super Na spitze Hier pass auf Ich lade nochmal Weil ich möchte ja keinen weiteren Damage riskieren Lebt die Krähe jetzt wieder Okay Dann hier rüber Und du Sehr energisch dahin Jetzt sehr energisch dahin Alter jetzt Geh von der Leiter runter Lass die Leiter los Gordon Du So die streut mir eigentlich zu sehr Wir sind ja leider kein NPC Wenn wir NPC wären Dann würde keine Waffe streuen Dann würde jeder Dann würde jede Kugel sitzen Ich höre schon wieder welche von den Burschen So dann haben wir die Kollegen weg Ach was Eine B Eine Bo Eine Basis So bevor wir da reingehen Gucken wir natürlich nochmal vorne Ob es hier irgendwo weiter geht Irgendwelche tollen Secrets Natürlich nicht Dahinten ist noch was Da müssen wir bestimmt von der anderen Seite rein Oder kommen wir hier Ne kommen wir nicht Ne geht nicht Naja gut Auf geht's in die Spaßzentrale Na super Das erste was ich sehe ist eine Selbstschussanlage Und eine Menge Blut Okay da haben wir ja schon mal eine Die Frage ist nur Wie nehmen wir die auseinander Ich vermute mal so So alter Bloß aufladen jetzt Wir spielen 14 Minuten Ein kleiner Warnhinweis Eventuell Wird der Bildschirm gleich schwarz Diesmal ungewollt Ich bin mir nicht so sicher Also ob es ungewollt ist bin mir schon sicher Aber ob der Bildschirm schwarz ist Heilige Maria Das war es mir gerade mal wert Okay sorry ich muss das mal ausprobieren Toggle Laser Guidance Das heißt wir können da Das ist der Laserstrahl Ja der geht dann aus Okay 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 Gut Ist vielleicht für drin ein bisschen zu überzogen Vorerst Später gerne Natürlich Äh Aber wenn wir Wie wie wo 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 Wie war wo denn jetzt Wo war Wieso War wo Och Was Wo 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 Wo